Ja, ihr Lieben, heute machen wir einen schönen Spaziergang wieder, heute Rascaseño, ah ne, stimmt gar nicht, Sobota, Sobota, heute ist Samstag, Samstag heute, Sobota, schaut euch den schönen Himmel an. Viele Juri, viele Menschen unterwegs, im Wesen ja, auch Luft schnappen, Frühling natürlich, für die Kinder ist auch gesorgt, schaut euch an, was die alle haben hier. Und es ist nur, ja, die weit, gute 20 Minuten von unserer Wohnung entfernt, ja, maximal eine halbe Stunde. Dann passen wir einen Generator an, für die kleinen Kaffeestände, die hier sind. Da haben wir gleich danach geguckt, ob es hier was gibt, und es gibt hier auch was, etwas zu trinken oder zu schnappulieren. Die Udki, die Händen, die fühlen sich auch wohl. Pärchenbäder. Immer schön zusammen. Familie. Ja, es ist ein schöner Wald. Naja, es ist hier am Rande der Hauptstadt. Heute sehen wir wieder die Zieltürme. Könnt ihr vielleicht ein bisschen sehen. Das ist die Rüdoxerkirche, die ganz in unserer Nähe ist. Die Rüdoxberg. Ich kann gar nicht genügend viel in den Himmelschorn. Das ist gar nicht dramatisch. Ich kann gar nicht genügend viel in den Himmelschorn.